Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stadio Valley. Ja Leute, super duper. Ich bin gespannt. Wir haben so einen Zapfhahn gebaut. Ich hoffe, wir können damit Ahornsirup gewinnen. Ja, guten Morgen. Schöner Morgen. Super duper. Hallo. So, komm, wir wollen mal gucken. Oh, unsere Marmeladen- und Einmachproduktion. Sie ist fertig. Ups, nein, das wollen wir so natürlich nicht. Wir wollen es wieder schwuppdiwupp. Was haben wir hier? Eine Aubergine. Ähm, was haben wir hier? Ähm. So, komm, dann machen wir gleich mal wieder. Ähm, diese hier. Nein. Ähm, zack. Ähm. Was nehmen wir denn sonst noch? Achso, nee, komm, wir verkaufen erst mal. Wir verkaufen erst mal ein bisschen. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz hier. Zack und zack. Ähm, Aubergine. Was haben wir hier? Eingelegt. Preiselbeere. Amaranth. Klingt alles sehr, sehr lecker. Ja. Hier, die können wir auch noch ernten. Sehr, sehr schön. Ähm. Wo bist du? Kleiner Mann. Da ist er. Hallo. So, komm, dann machen wir hier. Einmal schwupp. So, und dann werden wir gucken, was können wir jetzt noch einkochen. Ähm. Wir nehmen... Wir probieren dieses aus. Und das. Und ansonsten nehmen wir das. Okay, so. Mal gucken, ob das geht. Das geht. Super. Dann machen wir das so. Ähm. So. Super duper. Haben wir das gemacht. Dann sind alle wieder am Arbeiten. Sehr, sehr gut. Ähm. Das verkaufen wir. Sehr, sehr schön. So, komm. Einmal schwupp. Und einmal schwupp. So, dann, ähm, ja, ne? Hier, machen wir das hier. Die sieht gut aus, ne? Ähm. So, komm. Einmal Wasser für alle, bitte. Wir müssen mal gucken, was wir brauchen für so ein Bewässerungssystem. Wie wir das herstellen können. Ähm. Sollten wir auf jeden Fall schon mal tun. Auch dann vielleicht im Winter, ähm, dass wir nicht immer alles so gießen müssen. Das wäre ziemlich praktisch, wenn wir das, äh, machen könnten. Ne? Also, ich glaube, einpflanzen neu werden wir jetzt nicht mehr. Ja? Ich denke mal, dafür ist es zu spät. Wir werden das hier pflegen, was wir noch haben. Und, ähm, mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir was im Winter einpflanzen. Ist, glaube ich, äh, nicht mehr möglich, ne? Ähm. Dann gucken wir mal. Wir müssen auch gucken, wer jetzt noch Geburtstag hat hier, ne? Ähm. Ich meine, die Robin hätte noch Geburtstag. Dass wir ihr noch gratulieren. Äh. Wir wissen ja, wo sie ist. Das ist dann, glaube ich, nicht so schwierig. So. Ich weiß immer noch nicht, was wir hier haben. Was das hier ist. Dieses hier. Ähm. Lassen wir uns überraschen. Ach, guck mal, da haben wir wieder Würmchen. So. Haben wir mal wieder gefunden. Haben wir alles. Sieht so aus, ne? Komm, dann holen wir uns die noch. Ähm. Gucken wir mal. Hier. Zack. Rostiger Sporn. Ja, den hatten wir schon mal, ne? So. Haben wir hier noch. Ne. Da haben wir nicht mehr. Ist auch nicht schlimm. So. Komm, dann gucken wir. Hier. Den Mais. Den können wir noch ablegen. Ähm. Mais. Komm. Wir nehmen jetzt nur noch das Gute hier. Das, äh. Super duper Gute. Ähm. Komm, den Mais verkaufen wir. Wir haben so viel. Ähm. Machen wir so. Machen wir so. Machen wir so. Und, äh. Den werden wir verkaufen. Schwupp und schwupp. Dann haben wir noch ein bisschen verdient. Wir werden das sowieso nicht alles einkochen können. Glaube ich nicht. So, komm, den rostigen Sporn. Den legen wir erst mal weg hier. Das nehmen wir dann mit bei uns ins Haus. Ähm. Jetzt gucken wir mal. Ja. Wir gucken jetzt gleich mal. Nach dem Baum. Ach so. Hier. So. Haben wir schon mal ein bisschen Wasser. Ob das jetzt funktioniert hier. Dieses, äh. Dieser Zapfhahn. Ob wir schon was, äh. Da haben. Oder. Wie. Oder was. Ne. Ist noch nichts da. Gute Frage, wie das funktioniert. Ne. Ich hoffe, wir haben den richtigen Baum. Ähm. So. Komm. Dann gucken wir. Hier mal. So. Einmal auf den Kalender, bitte. Na, Abigail. Hast du es geschafft? Äh. Nicht gießen. So. Morgen. Gut, gut. Ähm. Na. Er hat wieder schlechte Laune. Ähm. Die Omi. Wollen wir noch mal einmal an den Strand gucken. Vielleicht. Komm, wir gucken hier noch mal einmal. Ach, guck mal. Hier. Da haben wir wieder. Zack. Jawohl. Wir haben ein verlorenes Buch gefunden. Super duper. Freue ich mich sehr. Ähm. Ähm. So. Dann gucken wir mal. Ach, guck mal. Hier haben wir noch mal. So. Haben wir das? Einmal Muschel. Einmal Auster. Immerhin. Ein bisschen. Na, ihr da. So. Dann können wir die gleich wieder nach Willi bringen. Ähm. Nicht schlecht. Immerhin ein bisschen noch, ne. So. Gucken wir mal. Sonst haben wir hier nichts. Ja. Vermutlich werden wir zwischendurch uns dann wirklich noch mal mit Angeln beschäftigen. Äh. Angeln. Und, äh. Einmal angeln. Und dann so in die Mine wieder gehen. So. So im Ab... Immer so abwechselnd. Ach, er ist nicht da. Schade. Na ja. Na ja. Wir werden es auf jeden Fall los. Wir wissen ja, ne. Wo wir ihn finden können. So. Ach, hier steht er ja. Guck. Und er angelt. Ja, wir sollten es wirklich auch noch ein bisschen machen, ne. Bisschen angeln zwischendurch. So. Haben wir eigentlich hier an diesen Büschen? Ne. Also diese Bärenzeit ist schon wieder vorbei, ne. So. Die von den Bäumen. Wir haben hier jetzt noch eine, aber... Naja, ne. So. Gucken wir mal. So. Immerhin noch eine. Dass wir so ein bisschen was noch finden vielleicht. Na, guck mal. Das ist doch schon mal was. Haben wir doch noch so ein bisschen gefunden. Sehr schön. Ähm. Gut. Haben wir jetzt hier was? Abigail. Ha. Sollen wir das mal... Komm, wir machen es... Wir versuchen es bei uns. Ähm. Wir haben hier ja auch, äh... Ahorn. Glaube ich. Ähm. Ähm. So. Gucken wir mal. Ach so. Wir können auch... Ja. Wir können hier sowieso auch noch ein bisschen frei machen. Keinem nicht... Äh... Es wächst ja nach, ne. Vielleicht, äh... Vielleicht, äh... Geht es dann besser? Fragezeichen, Fragezeichen. Keine Ahnung. Ähm. Ach, jetzt haben wir wieder das. Ähm. So. Komisch. Weiß ich irgendwie nicht so richtig. Ja. Äh... Wie wir das machen hier. So einmal. Und jetzt machen wir das so und machen es da. Dann geht es da hin. Genau. So. Ähm. Wir haben auch noch Sachen zu verkaufen. Die und die. Amaranth. Preiselbeere. Aubergine. Komm, die verkaufen wir auch mal. So. Wir haben ja noch. So. Dann haben wir das da. Natürlich nicht an unseren Apfelbaum hier, ne. Na, kleiner Mann? So. Jetzt gucken wir mal hier. Ähm. Was hier Ahorn ist überhaupt. Das wäre ja mal interessant zu wissen, ähm, was hier Ahorn ist. Sollen wir es mal hier versuchen. Ähm. So. Jetzt gucken wir mal, was passiert hier. Die arbeiten gut. Das ist sehr, sehr schön. Ähm. Packen wir mal wieder die Sense erstmal weg. Und das hier. Dann machen wir so. Dann haben wir das hier oben. Dann sehen wir das und werden das dann morgen wegbringen. Ähm. Gut. Gut, gut. Ich würde gerne wissen, was das für ein Baum ist. Dass wir überhaupt den richtigen Baum hier, ähm, ja, an den richtigen Baum das Teil machen, ne. So. Was haben wir hier? Ach so, das sind kleine, ne. Ja. Gut. Gucken wir hier nochmal. Hier ist noch nichts. Nicht schlimm. Wir haben ja, ne. Da frage ich mich dann auch, ob der Forscher irgendwann, ähm, nochmal auch dann abgeschlossen hat, seine Forschung. Und wir vielleicht uns dann doch nochmal für die, ähm, Dings entscheiden können. Na, kleiner Nacho? So, komm. Amaranth und Preiselbeeren. So. Machen wir einmal so und dann sehen wir, dass wir da noch was haben. Gut. Gut, gut. Dann gucken wir Fernsehen. Einmal den Wetterbericht. Willkommen bei Wetterneuigkeiten und Unterhaltung. Morgen wird es ein wunderschöner sonniger Tag. Sehr, sehr schön. Äh, und die Robin hat Geburtstag. Dürfen wir nicht vergessen. Und wir gehen schlafen. So, das hat sich wieder ein bisschen mehr gelohnt. Sehr, sehr schön. Freue ich mich. Ja, Leute, und das war der 20. Tag im Herbst. Wir sind fast, äh, im Winter angekommen. Guten Morgen. So. Ist der kleine Mann? Nein, er ist nicht da. Aber er steht da. So. Ja, Leute. Wir werden jetzt hier wieder eine kurze Pause machen. Wir haben wirklich schon sehr, sehr schön verdient. Und vielleicht machen wir auch einen Auftrag, schon mal im Winter für einen Stall, dass wir im Frühjahr uns gleich Tiere kaufen können. Das wäre vielleicht nicht schlecht, also die Tiere noch nicht kaufen, aber schon mal vorbereiten. Und auch so ein Silo oder, oder, oder. Werden wir uns überlegen, wie wir das machen und erst mal gucken, was jetzt im Winter ist, ob wir da überhaupt irgendetwas anbauen können. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Wir werden es sehen. Aber bis dahin wünsche ich euch heute noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.